Sam mit dem Traumpass auf Son. Samson quasi. Gute Reise Sonny und letztlich gut angekommen. Finis. Chalanolu. Son startet und startet richtig durch. 3-2 in Kopenhagen. Son. Doppelfass mit Brandt. Son. Oh, wie hat er den denn reingemacht? Kein Blatt Papier. Passte dazwischen. Friedrich. Hoppla. Can. Castro. Und da ist Son. Den lässt er sich nicht nehmen, oder? Nein, er hat sie wieder alle ausgeguckt. Wer kann diesem Spiel gegen Wolfsburg noch eine Wende geben? Son. Was macht denn Benaglio da draußen? Son ist da. Der Nutznießer. Hoffnung zurück. Wer bricht das Eis im kalten St. Petersburg? Vielleicht mal ein Standard. Aber was für einer. Hoengmin Son in diesem Spiel. Der Icebreaker. Der Larabi. Und da wuselt und wurschtelt und wühlt der Son den rein. Hirschbaum. Boah. Was für ein Abschlag. Und jetzt Son. Das geht doch gar nicht. Aber geht nicht. Gibt's halt nicht. Für Hoengmin Son. Wolfes. Castro hat freie Bahn. Er sieht Son. Wie hat er den denn in den Winkel gestreichelt? Sydney Sam auf Son. Einen Schoß hätte er ja. Der Son. Und er knallt ihn rein. Ist das schön? Ist das gut? Ist das knochentrocken? Ich habe das These Str zdeckigesannt. Wie sieht das Kind vom Schoß in der Wasser? Schön Ende das Baum wird sieNET adventure. Wie sieht das im Kan報en aus? Wie sieht das heißt.